Heute ist der 7. April, ein Segel von Montand, Ostschwärts, der rigorischen Küste entlang. Wir haben einen Wind von 4 bis 5, in den Böen bis 60, Seegang etwa 2 bis 3, das heißt Frischendure etwa einen guten 1,50 Meter. Da gibt es einiges zu, zum Steuern, zum Schiff auf dem Kurs zu halten. Hans-Ruli macht das gut. Vielen Dank.